Die Zuschauer haben immer wieder gemeckert, du testest Beamer, aber hast nicht mal eine vernünftige Leinwand. Das will ich mir natürlich auch nicht nachsagen lassen, deswegen checken wir heute hier. Eine Leinwand, die standesgemäß sogar noch elektrisch ist, das checken wir heute hier auf Onkel Kramer. Ab geht's. Also gut verpackt kam es hier schon mal an. Es gibt verschiedene Größen, müsst ihr selber mal schauen. Ich habe euch die entsprechend natürlich verlinkt unter dem Video. Hier gibt es einmal eine Fernbedienung direkt am Kabel, dann natürlich nochmal die kleine Fernbedienung. Dann haben wir hier diese Ösen, wo wir einfach eine Decke quasi haken und reinschrauben. Die sind auch mit dabei. Also ein Befestigungsmaterial wurde schon mal gedacht, das ist gut. Was mich so ein bisschen ärgert, ich habe gerade nochmal nach den technischen Daten geguckt, aber nur auf Interesse. Der Preis ist so dermaßen angezogen. Ich denke mal, das liegt an den Containerpreisen oder an der Corona-Pandemie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall sind die sau teuer geworden. Ich meine, ich freue mich, wenn ihr über meinen Link einkauft, dann verdiene ich Geld. Ja, aber wenn ihr könnt, dann wartet noch ein bisschen. Vielleicht gehen die Containerpreise weit mal runter in ein, zwei Monaten. Je nachdem, wie alt das Video ist. Vielleicht sind die auch schon günstiger geworden wieder. Aber aktuell von, ich habe glaube ich 90 bezahlt auf 120, 130. Aktuell ist schon ein gewaltiger Sprung. Ich habe es halt auch nur gekauft, weil ich Beamer zum Testen da habe. So, jetzt muss ich einmal den Abstand hier haben. Also von der Kante, von der Öse. So, man muss es nicht an die Ösen ranhängen. Man kann es auch direkt an die Wand schrauben. Also hier sind auch Löcher für die Wand, dass man es da einhaken kann. Ich habe schon wieder zwei Beamer hier liegen, die ich testen soll. Und da brauche ich auch mal langsam eine vernünftige Leinwand. Ich habe es sonst immer auf den Stein hier vorne aufgeworfen. Aber mittlerweile ist das Lager auch schon übelst voll hier. Dass ich mir natürlich Gedanken mache, dass ich lieber woanders hinhänge. Und da wäre ideal zum Vorführen. Das heißt, ich mache die Haken in die Decke rein. Und dann können wir das Ganze hier mal einmal, einmal heransetzen. So eine Wand ist natürlich nochmal besser. Vor allem, wenn es ein bisschen heller ist, als wenn man jetzt auf eine Tapete strahlt. Weil diese Wände, die reflektieren natürlich nochmal. Aber das soll so halten. Ich kann elektrisch ein- und ausfahren. Ich muss nicht irgendwie so ein Gestell aufbauen. Und das Ding hängt einfach an der Decke und geht mir nicht auf den Sack. So, ein Haken rein. Und der zweite Haken kommt rein. Wir haben jetzt nochmal die Steuerung. Die können wir auch an die Wand hängen. Die verpacken das aber auch immer die Chinesen. Ich sage dir das. So viel Müll, der muss gar nicht sein. Ich stecke es erstmal rein. Dann können wir mal checken, ob es funktioniert. Licht leuchtet schon mal. Probieren wir das erstmal am Schalter hier aus. Ah, man braucht gar nicht festhalten. Das ist cool. Ist auch geil für Fotos. Wenn ich jetzt mal Fotos mache zwischendurch. Das ist ja gar nicht berechnet, dass das Sofa da steht. So langsam müsstest du anhalten. Zu lang. Stopp. So, das heißt die Höhe wäre okay, ne? Für die Fernbedienung. Das ist der Funk, also kein Infrarot. Man muss da nicht irgendwo an eine bestimmte Stelle hinhalten. Probieren wir mal. Probieren wir mal den Beamer aus. An dieser Stelle muss ich das Video leider unkenntlich machen. Da es dauernd wieder durch den YouTube-Algorithmus gesperrt wird. Weil im Hintergrund halt dieses Vieh zu sehen ist. Auf jeden Fall, die Leinwand fährt hier an dieser Stelle hoch. Man sieht den Unterschied der Reflektionen zwischen Leinwand und Nicht-Leinwand. Also auf der Leinwand ist die Qualität eindeutig höher. Und ich muss aber sagen, dass der Beamer hier sehr schlecht ist. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht in einem Video erwähnen. Oder halt in einem Vergleichsvideo vielleicht ja. Weil die Qualität einfach so schlecht ist, dass man den gar nicht gebrauchen kann. Und ja, schade halt, dass ich an dieser Stelle dieses, ich sage Vieh, nicht, dass der YouTube-Algorithmus das andere Wort auch noch wieder damit in Zusammenhang bringt. Auf jeden Fall wollen wir mal hoffen, dass hier jetzt dieses Video endlich mal online geht und für alle zu sehen ist. Ich drücke die Daumen. Aber so ist eine coole Sache. Es ist nicht im Weg. Man braucht nicht irgendwas aufbauen. Und kann so bequem schraubender Schaf gucken. Allerdings ist der Beamer leider nicht so stark, dass man es jetzt unbedingt im helleren Zustand angucken kann. Also der wird wahrscheinlich keine so gute Rezension bekommen. Ansonsten finde ich, das hat sich gelohnt. Ein bisschen mehr Geld. Man hat was Elektrisches. Was cool ist halt, man hat eine Fernbedingung ohne Infrarot. Und zusätzlich, falls man die verbaselt hat, immer noch mal vorne den Schalter, der ein bisschen groß geraten ist, finde ich. Hier das Ding, was da hinten baumelt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ansonsten war das nur mal ein kurzes Auspack-Video, damit ihr meine neue Leinwand auch mal gesehen habt. Jetzt rufe ich gleich meine Tochter und die kann schön schraubender Schaf gucken. Und meine Arme mal runter, ne? Ich würde mich über ein Abo von mir freuen. Sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kram. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Ciao.